Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Stray. Wir haben letztes Mal hier im Stadtzentrum aufgehört. Ich habe keine Ahnung, ob es das hier gespeichert hat, deshalb mache ich das dann noch mal. Ah, stimmt, der hat ja gar nichts gemacht. Das klingt schon ein bisschen besser. Also dann. Gott, der kam von hier hinten irgendwie. Aber ich sehe hier gar nichts. Nun gut. So, wir wollen ja Clementine wiederfinden. Hörst du das da unten? Diese Ebbe. Diese Flut. Der Stadt verfolgt mich. Sie verspottet mich. Oh, Clementine. Ja, ich habe früher mit ihr rumgehangen. Aber sie wollte weg. Sie war ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst. Psst. Hörst du das? Diese Ebbe. Diese Flut. So, dann wollen wir mal. Komm, wir bringen den mal zu Fall. Hast du noch mal Glück gehabt? Oh, hier geht es auch noch rein. Hey, ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz. Sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht es gut. Ja, und wann gehst du zur Arbeit? Also, versuchen wir mal, die Clementine zu finden. Dieser Gaudo von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einem Haufen Ersatzteile landen. Naja, der hat ja auch ein Stromproblem. Möglicherweise muss ich dem eine Batterie besorgen. 2, 4, 5, 8. E-Doc. 2, 5, 4, 8. Das ist bestimmt ihr Entzug. Ach, guck mal. 2, 5, 4, 8. 2, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. bin ich doof rückwärts code 854 285 42 easy easy 854 285 42 katzenabzeichen neuen gegenstand darum ich frage mich ob ich dem typen da hinten das katzenabzeichen geben kann das war jetzt soweit ok kann gar kein abzeichen geben das ist einfach nur so weg ok hier war ich am letztes mal schon ok ok hier ist nix residenz ladenstraße nico corp also ich werde mal in richtung residenzen gehen der club ist geschlossen hau ab ach ja wer bist du die polizei alle sind auf der suche nach ihr ich habe sie nicht reingelassen wenn du was wissen willst so so der club ist also geschlossen da komme ich doch bestimmt trotzdem rein karmok es ist der angesagteste laden im stadtzentrum karmok es ist der angesagteste laden im stadtzentrum der ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch was für ein hübsches bild ist das eine adresse auf der rückseite ja das erste symbol ist einer straße dann kommt ein stockwerk und eine türnummer das sollte ziemlich leicht zu finden sein bist du einer dieser jungen raub oder bauken die den ganzen tag laute musik hören fast nichts an macht keinen lärm und fragt nicht nach einem kredit klamotten hier furchtbar aus schick sie zu mir was sie trennen sie aussehen wollen nein 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 das wirst du die nicht klauen klamotten hier furchtbar aus schick sie zu mir was sie ich brauche eine kassette kassette wo kriege ich die wohl her ich denke nicht von hier so da der typ ja so mürrisch ist macht man mal gleich ein teppich kaputt kassette wo einmal hier rüber ich weiß zwar nicht ob ich hier lang soll aber ich denke schon ich mache einfach mal polizei abzeichen neuen gegenstand erung das ist wahrscheinlich so eine art gefängnis oder so ok von hier aus kann ich nirgendwo hin da kommen die abzeichen hin nicht runterfallen zumindest nicht weiter als nötig ok was haben wir denn hier zur hölle mit den wächtern lange leben die außenwäldler ok hier hat es sonst nix mehr wo könnte ich sie wohl noch finden presidenz landstraße neko korb achso das war das da ich frage mich wo könnte es hier wohl noch angehen hmmm 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 Laden ist geschlossen. Ich warte auf die Lieferung. Ich warte auf die Lieferjungs, aber die lassen sich ganz schön Zeit. Oh, ich kenne sie. Sie gehört zu den Leuten, die total besessen sind von der Außenwelt. Kundi, ich bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache. Aber warum? Oh, was für ein schönes Foto. Ich glaube, sie kommt mir bekannt vor. Aber ich kann mir nicht sicher sein. Meine Festplatte ist im Moment etwas lädiert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Du solltest jemand anderes fragen. Okay, wie war es denn mit deinem Kollegen hier? Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Sie sind bösartig und sie haben meinen Kumpel Pablo. Er hat 350 Jahre abzusitzen. Sei also vorsichtig. Oh, Clementine, wenn ich du wäre, würde ich dieses Mädchen nicht finden wollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie von den Wächtern erwischt wird. Doch wenn du dich weiter umhörst, wirst du sie sicher finden. Nur sei dir bewusst, dass du dir damit auch Ärger zu an Land ziehst. Was kann ich heute Abend für dich tun, Jeff? Kannst du mich nicht mit echten Geld bezahlen? Ich könnte dir das runterschubsen. Ich war es damit. Stört dich doch nicht, wenn ich es kaputt mache, oder? Ach, sieh an. Was haben wir denn hier? Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Hier scheinen sie Burger und Street Food zu verkaufen. Ah, ich erinnere mich an mein Lieblingslokal, als ich noch ein Mensch war. Es war klein und einladend und der Name der Bedienung war... Ich weiß es nicht mehr. Er fängt mit M an, glaube ich. Aber haben wir hier etwas Nützliches? Nö. Tagesmenü. Trockene Luft und Schüssel mit heissem Öl. Extra Qualität. Okay, hier steht nichts weiter. Hm. Okay, da haben wir Drohnen. Okay, da kann ich anscheinend nicht durch. Weg mit dir! Husch! Husch, weg da! Weg mit dir! Husch! Husch, weg da! Weg mit dir! Keinen Schritt weiter! Der Zugang zum Außenbereich ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Der Außenbereich ist nicht sicher. Keinen Schritt weiter! Okay, dann würde ich sagen... Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch, wa? Okay. Da kann man vielleicht irgendwie oben drüber. So. Ah! Da kann ich auf das Ding rauf. Hm, okay. Das bringt auch nichts. Aber ich bin schon ziemlich nah unter dem Ding. Das da scheint das Zentrum zu sein. Hier geht's noch weiter. Autsch! Ähm, was ist denn... Was ist das denn für ein komisches Gefühl? Weißt du, Arbeit ist Arbeit, Slippy. Verliere nicht den Kopf darüber. Ach ja, Clementine. Sie war einmal hier. Warum fragst du? Du hast ihre Adresse auf der Rückseite. Das Haus ist gleich rechts, wenn du einen Laden verlässt. Okay, gleich rechts, wenn man das... Also hier. Ist das nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Oh ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube sie wohnt ja in der Nähe. Sie hat immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Ist das doch toll. Warum weggehen? Pfeift. Pfeift. Mo. Pfeift. 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 Hier kann ich kein Gezänk drauslassen. Wollen wir mal sehen. Hier haben wir Lautsprecher. Surgery, 7 of 7. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Clementine finden. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz Kameras installiert haben. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man dich klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jenna, Mika und mich tun. Die Wächter haben drei Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Hey, Dumpfbacke. Wir können dich auch sehen. Okay, wir haben eine Aufgabe. Die Kamera ist hier. Natürlich darf die obligatorische Kiste nicht fehlen. Also. Die Kamera ist hier. Okay, wenn ich einfach nur drauf springe, das ist alles easy. So, wo war die dritte? also zwei habe ich gesehen wo ist der dritte ich sehe keine dritte gut dann gehen wir nochmal runter und gucken von da ansonsten wüsste ich nämlich nicht